In dem heutigen Video möchte ich mit euch bei NBA Surveyor natürlich wieder auf die zurückliegenden 9. Spielwoche blicken, wo ich wieder keinen Reward gewonnen habe. Bitte sagt mir in den Kommentaren unten, was ich falsch mache. Ich möchte euch aber trotzdem, auch wenn es anscheinend gerade nicht erfolgsversprechend ist, meine Gedanken und Ideen zu der anstehenden 10. Gameweek mitbringen und euch meine Lineups vorstellen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran und damit ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal MoneyMafia. Ja, wie ihr hier bereits seht, wie gesagt, kein Reward gewonnen. Ich möchte auch nur ganz schnell durch die Lineups der zurückliegenden Gameweek gehen und vielleicht den ein oder anderen Impuls hier geben und Anreiz. Ja, also im Reward Champion, wie wir hier sehen, eine sehr, sehr starke Leistung von Mikael Bridges, der nochmal umso mehr zeigt, wie wichtig er tatsächlich für die Brooklyn Nets ist. Und auch eine sehr starke Leistung von Herb Jones, Rudi Gobert auch nicht schlecht und auch TJ McConnor muss man sagen, ja, eine solide Leistung da gebracht. Einstig Zach Levine ein bisschen abgefallen und im Rare Contender, den wir hier sehen, ja, natürlich leider sehr schade mit Javon Carter, dass das nicht so stark auszufallen ist bei ihm. Aber auch da sehen wir, es hätte dann noch noch deutlich, deutlich mehr sein müssen, damit ich hier 67 Punkte reingeholt hätte, um überhaupt hier in die Rewards zu kommen. Natürlich sehr schade. Im Limited Champion lief es eigentlich ziemlich gut, wenn ich mir Jokic, Antetokounmpo und auch Jalen Bronson angucke. Ja, bei Rui Hashimura und bei Jennifer Kuminga hat Darts leider dann doch ein bisschen gefehlt bei Jalen Bronson, wenn er noch ein bisschen stärker gespielt hätte, dann wäre es da gekommen. Aber das kann man natürlich auch nicht unbedingt erwarten, wenn man hier schon 40 Punkte sieht. Aber gut, auf der anderen Seite, wer dann dann doch noch im Contender sehr, sehr stark gespielt hat, war Jalen Bronson, das stärkste Spiel, das bisher diese Saison hatte. Mal gucken, vielleicht kommt er jetzt ein bisschen in den Schwung und auch Jeremy Sochan hat ein sehr starkes Spiel gehabt. Den habe ich auf jeden Fall auch immer im Auge, ist mehr so ein, ich sage mal so defensiv Spezialist, so ein bisschen moderner, Dramon Green würde ich ihn immer gerne bezeichnen. Cam Reddish, leider ausgefallen, verletzungsbedingt, hat in einem Spiel auch nur 5 Minuten gespielt, das ist natürlich dann nicht wirklich viel gewesen, wo er dann Impact haben konnte. Und so hat es dann dazu geführt, dass hier 0 Punkte stehen bei ihm. Ansonsten wäre es vielleicht auch in eine andere Richtung gegangen und da hätte ich vielleicht auch im Contender ein bisschen besser aussehen, wenn auch noch Gary Trent Jr. ein bisschen mehr gespielt hätte. Also von daher eigentlich ein ganz gutes Lineup, aber am Ende hat es auch hier leider wieder nicht gereicht. Gut, das soll es auch mit dem Rückblick schon gewesen sein und dann schauen wir natürlich wie immer im Leben nach vorne und die anstehende Game Week und die entsprechenden Lineups dafür an. Wie immer starten wir natürlich mit dem Limited Champion und ja, Nikola Jokic weiterhin super stark, super krasse Leistung in dem Moment, wo natürlich Jamal Murray, der wahrscheinlich zur nächsten Game Week wieder zurückkehren wird, zurückkommt, wird wahrscheinlich auch ein bisschen, ja von dem Playmaker, ich sag mal Aktivitäten von ihm weggehen, aber solange möchte ich ihn hier auf jeden Fall auch noch einsetzen und nutzen. Deswegen habe ich ihn hier auch aufgestellt und vor allem natürlich auch, wenn ich hier die Lineups sehe oder die Gegner und die Matches angucke, dann ist natürlich vor allem gegen die Spurs, sollte das ein dankbares Spiel für ihn sein. Bei den Rockets hat er natürlich mit Shenggyn einen Spieler, der ihm sehr ähnlich ist per se, aber natürlich ist Jokic dann doch noch ein paar Ligen über Shenggyn und ja, deswegen aus meiner Sicht hier eine einfache Angelegenheit, ein einfacher Pick. Als nächstes habe ich hier einen Anthony Edwards, der jetzt mit den Durchschnittspunkten hier ziemlich runtergekommen ist und das möchte ich hier auf jeden Fall nutzen. Vor allem auch, wenn ich hier sehe, dass er ein Spiel hat gegen die Memphis Grizzlies, die ja, Minnesota Timberwolves so richtig stark in die Saison gestartet sind und er ja auch sehr gut dabei ist. Ja, jetzt nicht so, letzte Saison hatte ich da echt krasse Phasen gehabt, also wirklich über Wochen lang, weil da sehr viel an ihm gehangen hat. Aber jetzt scheint das alles homogener zu sein, ja, alle scheinen besser reinzukommen. Carlton Towns auch gut bisher, ja, auch Rudy Gobert scheint da jetzt nicht mehr so der Fremdkörper zu sein, wie er im letzten Jahr so ein bisschen war, hatte ich das Gefühl. Und ja, dann, wenn ich mir natürlich ein Spiel gegen die Grizzlies angucke, die super schlecht gestartet sind, da glaube ich, dass da extrem viel Schaden angerichtet wird von Anthony Edwards. Und ja, bin ich auf jeden Fall einfach gespannt. Deswegen habe ich ihn hier mit reingezogen, was mir dann auch entsprechend erlaubt, hier weiter auch ziemlich hohe Durchschnittspunkte Spieler auch aufzustellen, wie zum Beispiel Calden Johnson, der ja auch sehr konstant inkonstant ist, also hat immer wirklich sehr gute Leistungen, sehr gute Spiele dabei. Dann aber auch mal wieder so ein Durchhänger und ja, ihr wisst, es ist für mich sowieso wichtig, immer hier auch Spieler zu haben, die auch irgendwie zwei Games haben in der Game Week. Und von daher denke ich mal, dass er hier auch motiviert ist gegen zwei sehr starke Mannschaften und da auch entsprechend Impact haben wird. Ähnliches gilt für Devin Vassell, auch ein sehr, sehr starker Spieler, aus meiner Sicht auch immer jemand, der jetzt in der aktuellen Saison für Most Improved Player so ein bisschen im Raum steht. Wirklich einen Sprung gemacht, unglaublich und natürlich vielleicht auch mehr Bewusstsein jetzt einfach dadurch, dass mehr Spiele von den Spurs jetzt auch gezeigt werden. Aber auch hier glaube ich, dass er ja, er ist mehr der wirklich solidere und der konstantere Spieler, wenn ich mir ihn vergleiche mit Johnson. Aber da kann auch ab und zu mal ein Ausbruch dann nach oben dabei sein, von daher habe ich ihn hier mit reingenommen. Und last but not least Marvin Begley. Ja, es ist so ein bisschen eine kleine Wette, aber da ich den Durchschnittspunkte, die ich jetzt hier nur habe und ich wollte unbedingt für Sol und Johnson aufstellen, hatte ich nicht viel mehr andere Möglichkeiten. Und da habe ich ihn hier auch reingenommen, ist per se glaube ich ganz gut dabei und ist auch immer gut, ja, kommt mal als, ja, als 4, kommt auch mal entsprechend von der Bank für die 5, ja, für Jalen Dern zum Beispiel, der jetzt wieder zurück sein sollte, zumindest steht er nicht mehr auf dem Injury Report drauf. Also von daher mal schauen, definitiv von der Bank und da kann ich mir aber auch vorstellen, dass er hier auch entsprechend ja Größe und Länge mit ins Spiel reinbringt. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt, ob er hier gut performt, aber ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen, auch wenn natürlich ein Miles Turner jetzt kein leichter Gegner ist und kein leichtes Matchup, definitiv nicht. Im Limited Contender, ja, war mir vor allem wichtig, war Jans jetzt hin und her gerissen in einer anderen Aufstellung im Champion, ob ich Jalen Bronson mit aufstelle. Und ich wollte ihn auf jeden Fall aufstellen, weil ich mir jetzt auch erst geholt habe und ich glaube, er ist wirklich echt ein guter Spieler ist und mit den Durchschnittspunkten, den er gerade hat, keiner glaube ich hier auch echt, hat er Potenzial, sage ich mal. Und ja, wie gerade im Contender, ich starte erstmal mit Nikke Alexander Walker, der jetzt auch letztes Spiel in der Starting 5 stand. Also, ja, mal gucken, wie sich das auf jeden Fall bei ihm entwickelt und mit den Timberwolves. Wie gesagt, super stark gestartet und er kommt immer zu Spielzeiten, immer konstant, ich sage mal so zwischen 15, 20 Punkte macht er auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall immer gut zu sehen, deswegen habe ich ihn hier auf jeden Fall auch aufgestellt und vor allem natürlich das Spiel gegen die Grizzlies, das sticht mir so ein bisschen ins Auge. Als nächstes Torian Prince, ja, wieder Durchschnittspunkte ziemlich gering, jetzt ein Spiel gegen die Cavs, also er hat auch jetzt schon wirklich ein paar Spiele dabei gehabt, wo nicht so viel ging. Ich wollte aber unbedingt Jalen Bronson aufstellen, deswegen ging da auch tatsächlich nicht so viel um ihn rum, deswegen, ja, habe ich ihn aufgestellt und als nächstes direkt gleich mal Alex Caruso, den auf jeden Fall auch aufgestellt, auch jetzt ein paar Spiele in der Starting 5 gehabt und ich glaube auch für die Bulls oder für ihn vor allem, kommt er sehr über den Einsatz, ja. Ja, zwei, ich glaube, Spiele, wo er auch gut performen kann und vor allem gegen die Raptors hat er immer sehr, sehr gut gespielt zuletzt, also von daher, das ist so ein bisschen, das ist natürlich keine Garantie, aber das war so ein bisschen der Hintergrund auch, weshalb ich mich hier dann final auch für ihn entschlossen habe und dann haben wir hier noch einen Jalen Ivey, ja, der jetzt auch wieder mehr und mehr auch von der Bank kommt, der war ja auch mit Verletzungen so ein bisschen zugekämpft beim Anfang der Saison. Denke ich persönlich, ein sehr, sehr guter Spieler, super athletisch, super schnell, also, ja, die Pistons haben da, glaube ich, echt auf der Guard-Position einiges an Potenzial, wenn ich mir das so angucke. Ja, mal gucken, ob er da auch jetzt entsprechend zu Einsatzzeiten kommt. Leider nur ein Spiel, aber so richtig viele andere Möglichkeiten hatte ich nicht aufgrund von Thanksgiving. Sind ja auch einige Spiele tatsächlich nur ein Spiel dabei in dieser Gameweek, also von daher mal schauen. Und ja, zu Jalen Brunson hatte ich ja schon einiges gesagt gehabt. Zwei nicht ganz so einfache Spiele, ja, natürlich per se vom Kader her und von den Match-Ups würde man meinen, dass es gegen die Heat auf jeden Fall leichter ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er vor allem, ja, beim Spiel gegen die Suns, wo dann eben wirklich so die Topstars aufeinander treffen, dass er da, denke ich mal, am ehesten, ja, performen kann. Das ist so ein bisschen die, ja, ich sag mal, Wette, die ich hier mache. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass sie aufgeht. Und im Rare ist mir natürlich der Contender-Wettbewerb sehr wichtig, weil, ja, im Champion wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer, ja, überhaupt in die Nähe von Rewards zu kommen. Und ja, hier habe ich als nächstes erstmal einen Corey Crispert aufgestellt, den ich auch jetzt neu gekauft habe, vor allem nachdem ich Podcast gehört habe von JJ Reddick, wo er gesagt hat, dass er der Meinung ist, dass Corey Crispert einer der besten Shooter ist. Ja, und das natürlich von einem wie JJ Reddick zu hören ist natürlich, ja, hat mich dazu überzeugt, ihn hier zu kaufen, habe ich auch relativ günstig, hoffentlich auch, geschnappt. Ähm, ja, Durchschnittspunkte auch relativ gering, kommt häufig von der Bank. Ähm, ja, muss man mal gucken, äh, wie es hier läuft, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er auf jeden Fall, also Einsatzzeiten bekommt er auf jeden Fall, von daher ist es schon mal gut. Ähm, Einsatzzeiten ist bei Jovan Carter immer so ein bisschen schwierig. Ähm, ist eben, ja, wirklich eher so zweite, dritte Option. Wenn er heiß läuft, läuft er heiß. Ich wollte ihn hier auf jeden Fall drinnen lassen, letzte Game Week ging das gar nicht auf. Ähm, aber ja, ich bin gespannt und kann mir auch vorstellen, wie gesagt, Nets und auch Raptors, jetzt keine Mannschaften, die so mega überragend sind, ja, also von daher, vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Möglichkeit für ihn. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Zu Toreen Prince habe ich ja das eine oder andere schon gesagt. Als nächstes dann hier noch ein Herb Jones. Ja, ein paar starke Spiele jetzt gehabt und, ähm, ja, hoffentlich kann er das auch entsprechend so weitermachen. Kommt definitiv über sein Defensivverhalten im, im Großen und Ganzen, aber jetzt auch diese Saison mehr und mehr auch als Scorer aktiv, das gefällt mir natürlich extrem. Ähm, ja, und hat natürlich hier wahrscheinlich gegen die Clippers, äh, alle Hände voll zu tun. Äh, zumindest in der, in der Defense, ja. Äh, Offense hat da wahrscheinlich auch die ein oder andere Möglichkeit, weil da natürlich defensemäßig nicht so ganz viel kommt, außer jetzt, äh, auf Center-Position. Also von daher bin ich da auf jeden Fall gespannt, was da passieren wird. Und ja, Mikael Bridges, wer so eine starke Gameweek hat, den werde ich definitiv nicht aus der Aufstellung rausnehmen. Ähm, ja. Ja, deswegen sehe ich ihn hier auf jeden Fall auch. Ja, wenn ich mir das auch angucke. Natürlich hielt, wie gesagt, gerade ich gerade auch schon gesagt habe, per se erstmal, ja, der schwächere Kader. Ähm, na gut, auf der Forward-Position wird er vielleicht auch mit, äh, Jimmy Buckets ein bisschen Spaß haben. Äh, und dann aber auch gegen die Bulls, die jetzt nicht so wahnsinnig stark gestartet sind, glaube ich dann auch, dass er hier, wie gesagt, entsprechend auch zur Möglichkeit kommt. Cam Thomas immer noch nicht dabei. Von daher, das Scoring liegt eigentlich hundertprozentig bei ihm gefühlt. Ähm, ja, deswegen hat er hier definitiv auch den Platz in meiner Aufstellung gewonnen. Und last but not least, meine Rare-Champion-Aufstellung. Ja, hier muss ich so ein bisschen zocken. Oder will ich so ein bisschen zocken. Zach Levine, ihr seht es hier schon, gelbes Ausrufezeichen ist auf dem Injury-Report drauf. Da auch immer die Empfehlung, ich, äh, verlinke es immer unten in der Videobeschreibung. Schaut euch den NBA Injury-Report an. Obwohl NBA Swearer jetzt auch ziemlich gute, ich sag mal, Indikationen auch gibt. Hier mit diesen Ausrufezeichen. Also das funktioniert, glaube ich, ganz gut bisher. Ähm, ja, so ein bisschen die Wette. Wie gesagt, wenn er auf jeden Fall on fire ist, dann ist einiges möglich. Äh, und deswegen, ja, habe ich ihn hier auch aufgestellt. Auch einfach, um, ja, die Spieler mit den höchsten Punkten auch reinzubringen. Da ist jetzt nicht so viel Gedankenschmalz reingelaufen. John Cullen, super stark aktiv und auch dabei momentan. Ja, ähm, spielt auch jetzt aufgrund der Verletzung von Walker Kessler. Häufig auf Center. Ähm, ja, springkraftmäßig geht das auf jeden Fall. Und ich glaube, das unterstützt der ein oder andere große Center. Da ist er dann doch nochmal ein bisschen mobiler, glaube ich. Und das kann ihn auch, wenn ich mir das angucke, hier gegen die Pelicans, gegen so ein Verletzunges, auch in die Karten spielen. Als nächstes, D'Anthony Melton. Super starker Spieler. Bin ich richtig froh, ihn gepickt zu haben. Natürlich, ähm, hier gegen die jungen Thunder. Äh, kein einfaches Spiel. Aber er hat hier immer großen Einsatz und zeigt auch immer viel in seinen Spielzeiten, die er bekommt. Außer Starting Five aus meiner Sicht nicht herauszudenken. Ja, deswegen, er auf jeden Fall auch hier mit am Start. Ähnliches gilt auch für Bruce Brown, äh, für die Pacers, die auch super stark gestartet sind in dieser Saison und von denen ich auch einiges erwarte. Natürlich hier das Spiel gegen die Pistons. Aus meiner Sicht auch so ein Spiel, die ja sehr viele Spiele jetzt auch verloren haben, wo viel gehen sollte bei ihm. Deswegen, ja, auch ihn natürlich hier mit aufgestellt und last but not least, aber wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht, ja, schöner reden, als es ist. So viel Gedankenleistung ist hier nicht reingeflossen, sondern wirklich die Spieler aufgestellt, die im Großen und Ganzen eigentlich die höchsten Durchschnittswerte haben. Ähm, ja, um auch hier diese Aufstellung voll zu machen. Und dann haben wir hier noch Rudy Gobert. Ja, natürlich, äh, auch hier das Spiel immer gegen die Grizzlies so ein bisschen im Auge. Ja, weil die fallen gefühlt auseinander, ja, das wird noch ein bisschen dauern und da bin ich auch sehr gespannt, was passiert, wenn Jammer Wren zurückkommt. Weil das wirst du nicht so einfach mal schnell umdrehen, ja, wenn ein Spiel an Leuten einfach dabei ist, ja, weil die haben vor allem eben in der Defense echt enorm verloren, ja. Also du hast jetzt echt die Probleme, ja, Clark ist noch nicht dabei, Steven Adams fällt aus, Verletzungen bringt die komplette Saison. Also da bin ich echt gespannt, wo die landen, ähm, ja, wenn ihr euch das auf jeden Fall interessiert, wie ich sehe, wie die Saison am Ende aussehen wird, dann lasst mich das auf jeden Fall unten in den Kommentaren wissen. Und genauso würde ich mich enorm freuen, wenn ihr auf dieses Video ein Like gebt und wenn ihr natürlich auch diesen Kanal abonniert, denn es ist extrem wichtig, dass ihr hier abonniert, denn ich werde immer meine Lineups vor den Schluss der Lineups auch öffentlich hier machen. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, diese Hintergrundinformationen, die ich euch hier teile, auch entsprechend mitzubekommen. Ja, ich verfolge einige Spiele, zumindest Highlights, gucke mir immer Boxscores an und auch ein bisschen Hintergrundinformationen. Also ich würde behaupten, dass ich da auch hintergrundmäßig ein bisschen was, äh, habe, was sich jetzt leider noch nicht so in dieser Saison in den Rewards leider niederspiegelt. Aber sei es drum, wie gesagt, da ist extrem wichtig, auf jeden Fall dieses Video zu abonnieren und die Glocke dabei zu aktivieren, dann kriegt ihr nämlich die Benachrichtigung und könnt diese ganzen Informationen auch vorab in eure Lineups mit einbeziehen oder auch außen vor lassen. Das ist natürlich auch möglich, dass ihr dann immer genauso entgegengesetzt agiert, so wie ich es mache. Ähm, ist wahrscheinlich gerade erfolgsversprechender. Ähm, ja, und natürlich, wenn ihr bei MBA-Sower jetzt rein starten wollt, lasse ich euch unten in der Videobeschreibung meinen Affiliate-Link dazu da. Wenn ihr fünf Limited-Karten in der Auktion ersteigert, erhaltet ihr eine Limited-Karte gratis dazu. Ich würde ebenfalls eine Limited-Karte gratis dazu erhalten. Wenn ihr euch einfach nur so anmeldet, bekommt ihr das nicht. Es sind keine Mehrkosten für euch. Dafür aus meiner Sicht eine Win-Win-Situation für uns alle, ja. Ähm, aber müsst ihr selbst wissen, ansonsten auch einfach Kumpels oder sowas oder Freunden dann entsprechend hier diesen Link auch verwenden. Hauptsache ihr kriegt eine Karte umsonst, weil das kann wirklich jeder sein. Und ja, dann lasse ich euch abschließend hier noch eine Video-Empfehlung und eine Playlist von mir einblenden. Wünsche euch viel Erfolg in einer neuen Game Week. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.